Ahoi! Als begnadeter Arzt bin ich garantiert für jeden Fall der Richtige. Das glaubst du nicht? Film ab! Oh! Dr. Mätschlaubeer, der Fach- und Lacharzt. Auch heute beweist er wieder, heilen ist Glücksache. Hallo, Herr Doktor. Hallo, Patient. Oh Gott, oh Buh! Was haben Sie denn? Ich kann kein Blau sehen. Schnell, zieh Sie das hier über den Kopf. Gott sei Dank, das war knapp. Tja, die Diagnose ist einfach. Sie haben eine Art Surophobie, also eine Überempfindlichkeit gegen alles, was blau ist. So ist es, Herr Doktor. Sie müssen ausspannen. Machen Sie doch mal ein paar Tage blau. Kommen Sie, ich helfe Ihnen wieder hoch. Danke. Hoffentlich haben Sie sich nicht wehgetan. Schauen Sie hier an den Händen, haben Sie auch schon blaue Flecken. Oh! Oha, ein schwerer Fall. Ich fürchte, Sie müssen ins Krankenhaus kommen. Fräulein Rosa, schnell einen Krankenwagen. Mache ich, Herr Doktor. Vielen Dank, Herr Doktor. Jetzt werde ich geholfen. Ich glaube, da kommt schon der Krankenwagen. Sie werden sehen, gleich geht es Ihnen wieder besser. Oha. Bis zum nächsten Mal bei Dr. Meetschlaubeer. Und denken Sie dran, heilen ist Glückssache. Auf podcast.wdr.de gibt es die vollständige Podcastliste und die Nutzungsbedingungen.